Hallo und ein weiteres Gast-Replay habe ich hier für euch auf meinem Kanal, der Steve Austin LP und es ist wieder ein T71DA Replay in einem 9er Gefecht auf Erlenberg vom Sintora S19 aus dem MNSG-Clan und diesmal ist es Angriff bzw. Verteidigung bedeutet, dass das verteidigende Team 10 Minuten Zeit hat, am Leben zu bleiben und den Gegner nicht cappen zu lassen und andersrum muss halt das angreifende Team versuchen, genau dies zu erreichen Auch da ist Spotten wichtig, hier vorne steht schon Budget 12T Dort ist ein Leo gespottet 1390 und Löwe Ei, ei, ei Da muss man jetzt als Scout halt aufpassen, wenn man aggressiv spielen will und Schaden machen will Viel HP haben die nicht 1 2 1 2 3 11 7 15 15 Natürlich jetzt ein bisschen riskant, weil man nicht so recht weiß, wo die TDs sind von den Gegnern. Da kommt Light schon mal entgegen. Und da ist ein TD, der gerade geschossen hat. Vollkommen TD, ja. Primäres Ziel, das ist auch oft wichtig, was viele Leute da nicht berücksichtigen. Die Priorisierung, welche Ziele sind jetzt erstmal wichtig. Wie zum Beispiel Cap Resetten oder vielleicht, dass die Artie raus ist. Wenn eine Artie gekillt ist, macht ihr eurem ganzen Team damit eine Freude. Weil eine Artie ja flexibel auf alle wirken kann. So. Ich erinnere nochmal daran, dass es ein Angriffs- und Verteidigungsgefecht ist. Und dass die Grünen eigentlich verteidigen müssen. Generell kann man das so spielen, dass man dann auf die Seite geht und die Kanonen Richtung Cap richtet. Taktisch gesehen ist das gar nicht so unklug. Klug. Aber das jetzt, äh, Teamplay ist halt eine Seltenheit in den Randoms. Und da fängt dann wieder diese ewige Diskussion an. Viele gehen halt nur auf Schaden. Oder spielen irgendwelche Missionen. Und dann ist ihnen das eigene Team egal. Das ist jetzt so ein Move, entweder, äh, schaffen die das, den Cap zu bereinigen oder nicht. Jetzt auf der Suche nach der letzten Artie. So würde ich das Ganze jetzt interpretieren. Das kann gut gehen, wenn sie den Gegner Cap, äh, also wenn, wenn der eigene Cap bereinigt wird. Kann aber auch nach hinten losgehen, wenn da drei drinstehen und das Ding durchgecappt ist. Weil die Leute einfach nicht treffen können oder was auch immer. Ist natürlich mit zwei Arties oder zwei Arties, die noch am Leben sind, eher unwahrscheinlich. Aber das hat man nicht schon bei WUT alles erlebt. Das ist ein bisschen rumspielen. Mit dem gegnerischen TD. Runde ist gelaufen. Es ist nur ein 7er Medium Komet und der WZ und die Artie. WZ hat jetzt verschossen. Uiuiui, da liegt es beinahe noch auf der Seite. Na, kriegst du die Kette? Ja. Nochmal. Unnötig. Aber passiert, ist eh durch jetzt die Runde. Artie haut natürlich auch nochmal rein. Das ist so dieses typische, what the fuck, wenn da zwei Scouts um denen drum stehen. Wieso muss die Artie da nochmal reinhauen da? Da kann man doch mittlerweile das Gebiet anpingen. Dass die Leute wissen, man schießt dorthin oder, ne, falls die Leute nicht in den Chat gucken. Und dann, äh, können die ein bisschen Abstand nehmen. Wenn die das dann nicht machen, okay, dann haben sie halt selber Schuld. Aber, naja. Soviel zu Kommunikation und Teamplay bei World of Tanks. In unbewegten Bildern das ganze Spiel. In unbewegten Bildern das ganze Spiel, wie ihr seht, wieder ein M für die Runde. Dank der 2300 Schaden. Und Nicht viel gespottet. Soviel war da, hat sich nicht ergeben, war nicht möglich. Waren ja auch einige andere Scouts und mit unterwegs in dem ganzen Gefecht. Aber ansonsten war das in Ordnung. Ich bin euer Steve Austin LP und ich hoffe sehr, dass euch das Video mal wieder gefallen hat. Wenn ja, dann schreibt mit mir über die Kommentare und tauscht euch mit mir aus. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das Video liked. Wenn ihr es auf Facebook teilt und mir für meinen Kanal ein Abo hinterlasst.